Hallo und herzlich Willkommen zu Doom Raider. Ja, passend jetzt kommt die Geräuschkulisse wieder. Endro! Scheiße, laut. Wir sind ganz anständig. So, ähm, nicht Windows-Taste drücken, ne? Mhm. Ja, weiter geht's. Ich bin total motiviert weiterzuspielen, aber wo mir eingefallen ist, wo wir stehen geblieben sind, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Mussten wir hier lang, oder? Ja, von euch war das. Watt nun. Bewesen und Viecher. War bestimmt meine Pupswurst. Stimmt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Bin mir nicht von da. Ich bin mir grad nicht sicher, wie wir nochmal laufen. Ja, aber wir kommen von da. Ja, wir kommen von hier. Als Laufen loslassen, dann Shift. Ja, ja doch, stimmt, hast recht. Musste ich hier rückwärts runter, oder? Besser ist. Ist vorbei, aber kann ich drehen, hier? Wobei das rückwärts runtergegangen ist. Nee, doch nicht. Niemals. Ach, hier bin ich erst? Ach so. Ich erinnere mich. Ach, Halsmaul. Aber ich meine, ähm, war, diese Haut am Abmensch. Äh, war nicht, mit diesem Spring und mit diesem Tor, Tor? Du bist gleich tot. Nein, bin ich nicht. Gucke. 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 Ja, kann es sein, dass du gestorben bist und mich gespeichert hast und deswegen keinen Bock mehr hattest? Hm. Ich war mir eigentlich sicher, dass da gespeichert wurde. Habe ich ja gesagt, na, speichern Bräuke ja nicht mehr, weil wurde ja gespeichert, wenn ich jetzt lade, dann bin ich ja wieder da. Ähm. Ich glaube, wir haben die Stimme damals nicht fertig gemerkt. Ja, wahrscheinlich, scheint so. Gut. Hier war ja ein Sekret. Maulkroken. Hier war ja, glaube ich, nichts zu räumen, oder? Wussten wir hier einfach nicht fangen? Ich springe ihn auch einfach ins Maul. Ja. Macht Spaß. No risk, no fun. Hoop. Ja, beiß doch durch. Ja, wenn du eben schon wieder ins Maul schwimmst. Ja, lass mich doch. Nee. Macht besser. Das sind unsere beide Medi-Packs, die du da verschwendest. Oder ein? Achtung, kein Wasser mehr. Ich weiß. Und lebendes Kroko. Hoop. Wie ich immer mit Demons springen will. Da war springen. Wie es sich findet. Ich hoffe, es wird zu atmen. So ein vorwurfsvolles Atmen. Hier sind wir. Ah ja. gewesen. Stimmt. Hier waren ja Fledermänner. Hm. Und Frauen. Und die Versus. Außerhalb. Puls. Ich glaube, wir können hier runter, ne? Einfach so? Ja. Haul. Ähm. Wie du einfach machst, ohne zu gucken. Ja, natürlich. Ich hab's ja schon vorher gesehen. Du musst eine Aufnahme sehen. Da ist ein Schalter. Da. Da ist ein. Da hängen sie die drei. Okay. Ja, ja. Der war schon kalt. Ja. Du musst mal hier spielen, dann bitte warm. Nö. Was? Wo wir springen, hier, ne? Ja. Sollte mal die Waffen wegmachen. Kommt auf wem. So viel wohl los. Wieso bin ich Frau? Oh, da. Nein, 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 nein. Halt dich fest. Ja, und sonst so? Jetzt schwimmst du im Krokodil vielleicht nicht ins Maul. Doch. Nur aufs Prinzip. Nur um dich zu ärgern. Wahnsinn. Das war ja ein richtiges Move. Hm? Ich kann's halt. Ähm. Nimm. Hier steht noch ein Kilometer weg. Nimm. Da hinten so in der Ecke. Mann, wie du nimmst sie jetzt nicht. Nee, falsche Richtung. Nee, richtig. Nee, doch. War richtig. Jetzt hoch. Ja, ja, ja. Wir müssen. Wohin mal, nichts passiert. Geht alles cool. Ach, wie geht doch? Am 10. Startet übrigens wieder ein Rammstein. Ähm. Am Zert. Verkauf. Uh. Um 10. Cool. Kann ich mich hier festen? Na, schade. Ich dachte, ich kann mich festen. Ja, ist ja gut. Ah, hey, ich musste kein Midi-Pack aufbauen. Also brauchst du nur ein bisschen weniger anbegangen. So. Ne, Emmi da liegt. Oh. Alle erledigt. Mach dir wohl. Ja, alles egal. Hui. Und was muss man wieder rumkaut. Und was kaut er denn? An seinen Ball. Na gut, wird keiner. Ich glaube, er ist in Ordnung. Wenn er an seine Decke gekaut hat, hätte er dich das unterbunden. Mhm. Ja, er schlappt laut. Bisschen. Guck mal, wenn das nicht smooth ist. Neptun. Ich will nicht schwimmen. Du willst was nicht? Ich will nicht schwimmen. Jetzt sag nicht einfach schwimmen. Ich hätte es dir zugetraut. Das Tor. Daran habe ich mich erinnert. So, das macht nicht so eine Geräusche. Ähm. Ja. Ich will erstmal rüber. Warum springt es nicht hier? Mehr Glück als verstand. Au. Richtig. Ich höre doch was. Wo? Wo? Wo ist denn? Was denn? Von da bin ich gekommen. Schaffe ich es da rüber? Nee. Schaffe ich es da rüber? Vielleicht. Nur wenn du dich nicht doof anstellt. Nee. Vielleicht. Speichern? Nein. Kommst du denn da drauf? Warum? Ich nicht. Vertraust du mir nicht? Merke ich. Ich stehe wieder einen Kilometer weit weg. Weißt du, wo das Tor ist, wo du hinsetzt? Nein. Ich habe gar keine Ahnung, wo das Tor Tor ist. Da. 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 Gut. Zurück. Ja, ja, genau. Ja, lass mich doch. Guck mal, wie gut das geht. Kannst du mal um die Säule gucken? Mhm. Von wollen kann keine Rede sein, aber ja, ich mache es mal. Oh, okay. Nix da. Nix. Alter. Voll rum. Wenn ich mir so überlege, so hat man damals stumm denlang gezockt, ne? Stumm machen wir heute gar nicht. Nö. Heutzutage ist das alles einfacher, wo es, ähm, auch was waren Flares eigentlich normal. Weil mit heute, heute, wir haben keine Flares. Haben wir nicht? Aber. Nee. Sogar keine Flares? Warum nicht? Weil wir nicht genug Secrets finden oder so? Vielleicht gibt's in dem Teil keine Flares. Oh, du brauchst gar keine. Leck mich doch am Arsch, Alter. Die Blitze. Uns brauchst du Flares, wenn es Blitze gibt. Stimmt. Jetzt sind hier die, ne, ist keine Plattform unter mir, ne? Das ist nur so, wie ich den Raum betrete. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Steinchen immer nur einschlägt. Dann kann ich theoretisch durchrennen. Ne, ich hab nicht speichert. Ich bin nur hier, um euch zu zeigen, wie die verschiedensten Tode aussehen. Was anderes mache ich hier nicht. Okay. Guck mal, easy. Ja, ich bin ausgerutscht. Lass mich. Ich falle auch immer so. Mhm. Hm? So. Gut. So. Vielleicht bist du auf den Plattformen auch sicher. Guck dir was aus. Wohl nicht. Ich glaube nicht. Ich würde mich töten lassen. Ja. Schönen, ach so, ich wollte gerade springen wieder mit. Lass das hin. Ja, 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 komm hier. Klar. Gucken wir nochmal, oder? Was ist die Frage, was ist denn die Taktik? Ja, gute Frage. Bin der ausgerutscht? Ja. Ich rutsche immer aus. Noch ein Bananen-Tweiler? Mhm. Siehst du die denn nicht? Nee. Ja. Der Pixel. Achso. Guck mal, das kann ich hier doch schon ganz gut. Ach, wenn wir zum Tor reingehen. Wer rechnet da denn bitte schon mit Donner und Hitze? Kannst du drauf schießen? Sie zieht zumindest nicht drauf. Aber was sollen auch... Naja, Jodoki kann doch gehen. Geh mal an die Kanton gucken, guck dich mal um. Stopp. Ich darf das nicht direkt selber stehen. Nein. Leipzig nicht sonst mal an Kanten stehen, aber nicht an Treppen gucken. Ja, bei solchen, ja. Wahrscheinlich wirklich durchrennen, oder? Guck mal hoch. Nicht so weit. Wo denn? Oh. Kann durch die Mauer gucken. Schau doch mal. Ja, ist ja gut. Bin gut gesehen? Ich glaube, einfach durchrennen, ne? Auf guter Glück. Gerade ausgelaufen bist du schon mal, ne? Ja, doch, das ist schon mal. Hast du auch einen Blitz abgekriegt. Fing mal Blitzer. Also auch, wenn ich hier sitze. Komm immer so von der linken Seite. Da wieder. Schauen, ob ich mit rein Photoshop über die Ratschen springst. Spring mal rein. Ne. Ich wurde durchgeschwappelt. Also im Flug hat's nicht geblitzt. Nein. Vielleicht musst du von Plattform zu Plattform springen, weil ich glaube, auf der Plattform lässt es sich ein bisschen Zeit. Ich glaube, da ist es nicht sofort, wie auf dem... Hm. Könnte sein. Guck mal, Bananenschein-Pixel ausgewichen. Okay. Ne? Vielleicht willst du auch mal am Tor Tor speichern? Nein. Ich mag es zu laden, weil du nicht speichern würdest. Im Blitz speichern. Im Blitz speichern ich. So was kann ich. 21 mal gespeichert. Wahrscheinlich haben die Leute damals das mit zweimal Speichern durchgespielt. Ne. Gut, wir nicht. Okay. Ich halt auch nicht. Okay. Deswegen willst du das mit dem wir spielen. Hm? Deswegen willst du das mit dem wir spielen. Wieso? Weil sie seine Eltern gespielt haben. Und du schon alles kennst. Ne. Dann sagen kannst, aha, du bist voll gut. Falls auf die mich haben zugucken lassen. Nicht? Warst du noch zu jung? Ja. Das war zu weit. Ich hoffe, ich war weiter. Wollen wir die Polia weiterspielen, bitte? Nö. Du quälst mich gerne, ne? Du kannst aber gucken, ob du das Domaclass-Tor zuerst machen möchtest. Nein. Will das hier jetzt machen. Scheißiger, ich bin weiter. Wenn es mir nicht passt, dann lass mich umbringen. Guck mal, wir haben 10 Medipacks. Nein, easy. Nein, weg. Wollen wir hier hoch? Wahrscheinlich. So. Nein! Nimm die Tasse wirklich gleich raus, ey. Soll ich doch. Okay. Na, dann schauen wir mal. Also jetzt kann ich eigentlich auf der Windows-Tasse nicht mehr drücken. Es sei denn, ich gehe mit dem Fingernagel da rein. Passiert. Ich liebe mich. Hoppala. Hör auf, schrei mal nicht. Passiert mir wirklich. Oder ich drücke irgendwas anderes, was mich raustappen lässt. Aber du rutschst wirklich aber so ganz komisch ab. Dann brech mir wahrscheinlich dabei den Fingern. Wahrscheinlich. Gut. Vielleicht doch hier lang. Springen. Oh, witz. Au. Der hat mich gar nicht abgestattet worden, dass sie gibt. Okay, also ich habe schon mal, also wenn ich, also wenn ich sie steuern kann, dann habe ich vielleicht einen Weg. Mal schauen, ob es jetzt wieder so kommt. Er ist hier lang. Alles klar, es ist random. Egal wie es ist, ja, okay. Oder liegt es am Sprung. Musst du schleichen? Musst du durchschleichen? Vielleicht ist das dann... Ach nee, das hat er ja schon. Hatten wir ja schon, ja stimmt. Da ging es ja sofort los. Aber er blitzt immer da, wo du aufkommst. Nicht immer. Er hat da, also bin ich nach links und er hat rechts geblitzt, das erste Mal. Deswegen dachte ich, ah, okay, vielleicht habe ich eine Taktik, aber nee, nix da. Ist wirklich random. Aber er hat sich da nicht angeblitzt. Mich angeblitzt, diesmal. Versuch's mal trotzdem mit schleichen, einmal. Er hat nichts gesehen. Vielleicht trifft er mich nicht, wenn ich schleiche. Oh. Siehst du? Okay. Gut, leck mal am Arsch. Moin. Nein. Ich speichere mich. Nein. Hier speichere ich auch nicht. Was passiert hier? Leck mich doch am Arsch. Mensch, was machst du denn hier? Offenbar umkippen. Hey, Reaktion wie ein Luchs, der verschlafen hat. Bisschen.